Sechster und letzter Teil des Themas Bildschirmobjekte anordnen. Ein zusammenfassendes Beispiel, eine ganz typische Gestaltungsaufgabe. Wir sollen eine Maske gestalten, eine Eingabemaske gestalten. Und zwar handelt es sich um eine Eingabemaske zur Bearbeitung von Einträgen einer Kontaktdatenbank. Gut, das kann man sich vorstellen, so ein ähnliches Programm haben wir wahrscheinlich irgendwo alle. Und dazu soll jetzt eine Maske gebaut werden, in der die bestimmte Felder eingetragen werden sollen, bestimmte Daten. Was haben wir da alles? Nachname, Vorname, Straße, Ort, Postleitzahl, Titel, Land, E-Mail-Adresse, Fax, Handy, Telefon, Kontoinhaber, Bank, IBAN, Facebook-Name, PayPal-Account, Siezen, Duzen, also Auswahl, ob man Sie sieht oder duzt, Relation, Firma und dann noch zwei Buttons, einen zum Übernehmen und einen zum Verwerfen. Gut, jetzt lassen wir mal es dahingestellt, warum man jetzt Kontodaten in so einer Datenbank unterbringen muss. Wir nehmen das mal einfach so hin und bauen eine entsprechende Software, also eine entsprechende Maske, Eingabemaske, mit der man genau diese Daten eingeben kann. Was müssen wir machen? Der erste Schritt ist Datenklassen bilden. Wir müssen also uns mal überlegen, was eigentlich zusammengehört. Was gehört denn zusammen? Ja, also hier Nachname, Vorname, Straße, Ort, Postleitzahl, Titel, Land und Firma. Ja, das ist doch das, was man so üblicherweise als Adresse bezeichnet, was man auch auf so einen Adressumschlag draufdrücken würde, draufdrucken würde natürlich. Ja, was haben wir noch? Siezen, Duzen und Relationen. Das ist so, wie verhalte ich mich eigentlich dazu? Bei Relationen ist jetzt gemeint, ist das mein Bruder, ist das mein Schwager oder sowas, das ist ein Freund von mir. Solche Sachen hatte ich mir jetzt darunter vorgestellt. Dann haben wir hier Handy und Telefon, um die Leute anzurufen. Dann bleibt noch weitere elektronische Kontaktmöglichkeit. Fax, E-Mail-Adresse, Facebook-Name, nehmen wir mal zusammen als eine Klasse. Ja, und dann haben wir noch hier die Kontodaten. Da haben wir Konto, Bank, IBAN und PayPal-Account. Das sind die Kontodaten. Und unten bleiben die beiden Buttons übrig. Die brauchen wir wohl auch noch. Jetzt können wir uns mal überlegen, ob die Reihenfolgen richtig sind. Und das kann eine Arbeitsreihenfolge sein, dass man das eine üblicherweise vor dem ersten machen muss. Häufig hat es aber mit Konventionen zu tun. Also Nachname, Vorname, Straße, Ort, Postleitzahl, das ist schon mal komisch. Man würde das nicht in dieser Reihenfolge üblicherweise machen. Man würde sagen, naja, der Ort gehört doch vor die Postleitzahl. Und nein, die Postleitzahl gehört vor den Ort und das Land im Zweifelsfalle dahinter. Und Titel gehört vor Vorname und Nachname. Das ist die übliche Konvention. Zumindest nehmen wir mal diese jetzt an und bauen das entsprechend um. Das sieht dann so aus. Und ihr seht, unten hat sich auch noch getauscht. Erst die Telefonnummer, dann die Handynummer. Aber es ist schon üblich, dass man erst die IBAN angibt und dann die Bank und nicht umgekehrt. Jetzt haben wir also Reihenfolgen angepasst. Was können wir als nächstes machen? Wir können Datenfelder anlegen. Und beim Datenfelder anlegen müssen wir natürlich bedenken, welche Datentypen es hier eigentlich gibt. Dafür müssen wir das erstmal ein bisschen umsortieren. Und als nächstes legen wir jetzt die Datenfelder hier an. So, was haben wir jetzt da? Wir sehen mal hier oben, Titel ist ein Auswahlfeld. Das habe ich jetzt ein bisschen sehr einfach dargestellt. Das soll das darstellen, ist ein Auswahlfeld. Genauso wie Relation. Siezen, Duzen habe ich zu Siezen gemacht und dann ein Auswahlfeld rausgemacht. Ja, und das waren im Prinzip die Datentypen, die wir an dieser Stelle hier haben. Was machen wir als nächstes? Wir sehen, dadurch, dass jetzt hier immer diese Beschriftung und Unterschiede, die lang haben, tanzt das ganz extrem durcheinander. Wir wollen natürlich gleich irgendwann mal alignieren. Aber wir werden damit Probleme kriegen, denn dann entstehen große Lücken. Damit wir das vermeiden, kürzen wir jetzt ab. Und was haben wir hier, was können wir abkürzen? Na, Postleitzahl ist zum Beispiel sehr lang. Da können wir zum Beispiel einfach Plz rausmachen und auch die Beschriftung für den Ort, die kann ich dann dafür mit nach vorne ziehen, weil dann habe ich ein bisschen Platz gewonnen. E-Mail-Adresse ist geschwätzig, Facebook-Name ist geschwätzig, PayPal-Account ist geschwätzig, Konto-Inhaber ist geschwätzig. Da können wir entsprechend Abkürzungen wählen und das sieht dann zum Beispiel so aus. Und jetzt sehen wir schon, ah, jetzt rutscht das dann alles viel stärker aneinander. Als nächstes können wir ausrichten oder auch alignieren, je nachdem, wie wir es nennen wollen. Und dann gucken wir mal, woran richten wir denn aus? Erstmal richten wir hier vorne aus und sehen, naja, so ganz perfekt ist das nicht. So ist es schon besser ausgerichtet. Dazu übrigens an alle die, die zu dieser Veranstaltung eine Klausur schreiben wollen. Wenn ihr sowas in einer Übungsaufgabe oder in einer Klausur machen müsst, dann erkennen wir das durchaus an, wenn ihr da so einen Strich dran langzeichnet, der kann auch ein bisschen krumm sein, und dann an den Strich dran schreibt, das soll eine Fluchtlinie sein. Hieran habe ich aligniert. Denn es ist natürlich schwierig, wenn man das mit Papier und Bleistift machen soll, oder mit Papier und irgendeinem Stift, dass man so ganz gerade das hinbekommt. Wo nehmen wir die nächste Fluchtlinie? Die nächste Fluchtlinie nehmen wir mal hier. Das ist jetzt die von Kontoinhaber. Die eignet sich gut, um da die ganzen Felder beginnen zu lassen. Gut. Wo machen wir die nächste Fluchtlinie hin? Wir definieren mal eine Fluchtlinie hier hinten. Und bis dahin ziehen wir die ganzen Felder. Wir machen es also länger. Und den Ort haben wir dabei noch ein bisschen kürzer gemacht. Und das Übernehmen, seht ihr den Button, den haben wir auch gleich mit da dran ausgerichtet. Wo haben wir noch eine Fluchtlinie? Wo brauchen wir noch eine? Nehmen wir mal noch eine hier in der Mitte. Das ist jetzt so quasi die Mitte zwischen Postleitzahl, Ort und diesem Relationsfeld, wo noch so ein großer Abstand ist. Und die ziehen wir jetzt einfach mal aneinander. So. Jetzt haben wir wieder eine weitere Fluchtlinie. Das ist gut an Fluchtlinien ausgerichtet, würde ich jetzt mal so sagen. Was machen wir als nächstes? Wir müssen absetzen. Wir müssen irgendwie Blöcke bilden. Das ist hier schon passiert. Nämlich einfach dadurch, wie ich am Anfang sortiert habe. Ich habe ja da schon Blöcke gebildet und habe da schon gewisse Abstände gelassen. Und ja, die Abstände haben wir jetzt hier schon. Das heißt, wir sind hier fertig. Wir können jetzt diese Linien rausnehmen. Und wir sehen jetzt, so ganz perfekt ist es nicht gelungen. Nicht alle Felder sind ganz genau gleich breit. Also wer ganz pingelig ist, der bemerkt vielleicht, dass das Feld bei Ort ein Stückchen zu kurz ist. Gut. Wenn wir es jetzt wirklich in einem Interface-Bilder machen würden, würde uns das sicherlich nicht passieren. Und wir würden das so hinnehmen. Das wäre also genug. Okay. So könnte es fertig sein. Wir können aber noch ein paar weitere Schritte machen. Wir sollten, aber da sprechen wir erst in einer der nächsten Vorlesungen drüber, uns an die Eingabeminimalität halten. Das kommt beim nächsten Mal. Eingabeminimalität bedeutet, wir wollen möglichst wenig Eingabeschritte haben. Das heißt, wir könnten hier dafür sorgen, dass wir zum Beispiel, wenn wir die Postleitzahl eingeben, der Ort automatisch erscheint. Oder wenn wir die IBAN eingeben, die Bank automatisch erscheint. Das ist etwas, das können wir zusätzlich noch angeben. Wir könnten es auch räumlich darstellen, zum Beispiel, dass wir das Bankfeld so machen, dass man sieht, dass man da gar nichts eingeben kann. Wir könnten stapeln. Wir könnten eine Stapelungstechnik einsetzen. Wie sähe das denn aus mit einer Stapelung? Zum Beispiel so. Das wäre eine Möglichkeit des Stapelns an dieser Stelle, die, ja, finde ich, gut funktioniert. Jetzt sehen wir diese Blöcke nochmal erheblich plastischer. Was können wir als nächstes machen? Wir könnten nochmal stapeln, indem wir auch nochmal Unterbereiche bilden. Also hier habe ich jetzt mal Telefon und Handy von Fax, E-Mail, Facebook nochmal getrennt. Weil ich gesagt habe, naja, hier haben wir ja zum einen mal die Telefonkommunikation und dann die übliche weitere elektronische Kommunikation. Wenn man das denn so möchte. Ist nicht unbedingt notwendig. Was natürlich auch noch schön wäre, und jetzt haben wir gleich ein bisschen Probleme mit dem Platz, ist, Beschriftungen einzufügen. Also zu sagen, was ist das Ganze hier überhaupt? Wir haben so mal so einen Titel drum und wir könnten dann auch noch die einzelnen Blöcke beschriften. Da ich jetzt aber mit dem Platz ein bisschen Schwierigkeiten habe, mache ich das mal nur an dem obersten Block und für das Ganze. Und was sehen wir hier? Also das Ganze ist Kontaktdaten bearbeiten und jetzt habe ich den obersten Block mal beschriftet mit Adresse. Und was ihr seht ist, da könnt ihr nochmal rückbeziehen euch drauf, was wir bei Textgestaltung gemacht haben. Ich habe nicht eine fette schwarze Schrift genommen, sondern eine etwas weniger deckende Schrift an dieser Stelle. Denn, naja, klar, dieses Adresse, das ist die Beschriftung dieses Blocks, aber das ist nicht das Wichtigste in diesem Block. Und deswegen wollte ich nicht, dass das extrem ablenkend ist. Und deswegen habe ich da versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Trick. Ja, und jetzt haben wir, das könnten wir natürlich bei allen anderen Blöcken auch machen, haben wir diese Bildschirmmaske eigentlich sehr schön nach unseren Kriterien des Strukturierens gestaltet. Und auch nicht nur des Strukturierens, sondern auch der Übersichtlichkeit, nämlich durch das Alignieren. Und so könnte man das gestalten, wenn man das in einem Interface-Bilder oder durch eigene Programmierung auch entsprechend hinkriegt. Werfen wir abschließend nochmal einen Blick auf unsere Forderungen zur Reduzierung erzwungener Sequenzialität. Wir sind jetzt nämlich mit dem Bereich Präsentation fertig. Wir haben uns ein paar Wochen lang mit dem Aussehen beschäftigt und den da sehr zentralen Forderungen nach Erkennbarkeit, Einfachheit, Unterscheidbarkeit, Ablenkungsfreiheit und Wiedererkennbarkeit. Und haben uns jetzt in dieser Woche mit den Forderungen zur Anordnung beschäftigt. Und das ist die Übersichtlichkeit und die Strukturiertheit. Und diese beiden Forderungen sehen wir in diesem Bild kombiniert. Hier sehen wir sowohl Strukturiertheit als auch Übersichtlichkeit in Kombination. Und wir erhalten ein wohl strukturiertes und sehr übersichtliches Bildschirmbild. So viel soll es gewesen sein zu diesem Thema. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit der Interaktion und da vor allen Dingen mit den Eingaben. Denn Interaktion kann man sich ja mal vorstellen. Wir haben immer die Eingabe, dann haben wir eine Verarbeitung und dann haben wir eine Ausgabe. Und wir fangen mit der Eingabe an.